Was ist gefährlicher? Eine Schnecke oder ein Stachelrochen? Ich glaube, ich habe noch nie von einer gefährlichen Schnecke gehört. Deswegen würde ich sagen, der Stachelrochen. Und was? 10.000 Leute im Jahr? Als nächstes eine Fliege versus eine Tarante. Oh, ich hasse Spinne. Like das Video, wenn du Spinnen auch hast. Deswegen würde ich sagen, die Spinne. Und was? Wieder 10.000 Leute im Jahr? Als nächstes haben wir ein Krokodil versus eine Schlange. Ich muss sagen, beides ist super gefährlich. Vielleicht werden wir eins richtig erraten. Krokodil und... Nein!